Da holt man Geld. Papa sagt immer, er hat kein Geld. Dann soll er doch einfach zu Mama gehen. Aber Mama sagt, Sparen ist wichtig. Mein Papa, der geht gar nicht mehr zur Bank, denn er hat seine Bank im Computer. Spielzahl, Süßigkeiten. Papa, der spart ganz viel, dann wohnen wir irgendwann in deinem großen Haus. Unser Haus hat die Bank bezahlt. Geld sparen, Geld leihen, ganz einfach.